Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Und endlich habe ich mal wieder diese Map. Unglaublich, ich hatte die seit 50 Runden nicht mehr oder so. Ich freue mich. Ich mag die Map, obwohl ich mich absolut null... ...orientieren kann. Und, ähm... ...noch cooler. Wir versuchen die Naked Challenge mit Jeff. Vielleicht haben wir Glück. Ich war wirklich schon... Ich habe mich gefragt, warum ich denn diese Map nie bekomme. Ich weiß gar nicht, der Saloon war zwischenzeitlich auch mal rausgenommen aus dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob das schon wieder drin ist. Ich habe irgendwie nichts mehr zugelesen, aber den Saloon habe ich halt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehabt. Wir haben keinen Ruinen. Er jagt auch nicht mich. Gott, er hängt halt am anderen... ...Ende... ...der Welt. Ich hoffe, ich schaffe es. Oh mein Gott, das wird knapp. Oh, ich habe es geschafft. Vor der zweiten Phase. Ist noch kein Generator an. Das ist doof. Wir haben den unten fast fertig gehabt. Aber er hat, glaube ich, keinen Tüftler. Weil er hatte doch Sound, als er kam. Gut. Jetzt suchen wir wieder einen Generator. Läuft gerade noch nicht so gut. Wenn der Pyramidenkopf clever ist, macht er seine Striche genau auf dem Ekelkram-Zeugs hier. Hier ist ein Ausgang... Nicht. Oh, Gott sei Dank. Ich will keinen Jen. Hier ist der Keller. Oh Gott, hier geht's nicht lang. Oh, Gott. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Er ist gerettet. Was mache ich hier? Ich bin so unnützig. Ich finde keinen Generator. Oh. 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 Oh, Hilfe. Oh. Oh, no. Ich weiß halt nicht, wo ich hier langen kann, wo... Oh, shit, ich lieg am Keller! Ich bin voll im Kreis gerannt. Richtig dumm. Es sind drei Generatoren an und ich habe nicht einen einzigen mit angemacht. Ich bin so useless! Warum rennt ihr hier am Keller rum? Oh Gott, das war knapp, Leute! Die Hadnest ist calling. Aber er geht nicht auf mich Ach du Wo ist der denn jetzt hergekommen? Oh Mann, ich habe mich so gefreut, dass wir diese Map bekommen. Ihr kennt die Map halt besser als ich. Ich hätte zur Palette gehen sollen. Oh Leute, es tut mir leid. Oh Mann, es tut mir leid. Oh Mann, es tut mir leid. Ich muss mich halt irgendwie direkt heilen lassen. Ich glaube, ich finde die sonst nie wieder. Oh Gott. Und unten ist übrigens ein Toten gewesen unterm Tisch. Warum tunnelst du jetzt? Ach, machst du gar nicht. Okay, jetzt sind wir nur noch zu dritt. Mori? Ja. Oh Gott, bin ich doof. Jetzt renne ich auch noch durch die Kacke und dann sieht er, wo ich bin. Hier ist auch noch ein Toten. Hier ist auch noch ein Toten. Hier ist auch noch ein Toten. Oh, shit. Das wird knapp, Leute. Aber ich gehe raus. Ich gehe sowas von raus. Ich mache nicht den gleichen Fehler wie mit Jane. Nope, nope, nope. Ich mache nicht den gleichen Fehler wie mit Jane. Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten. Ich habe bestimmt irgendeinen bestimmten Generator auf dieser Map gemacht. Wobei ich habe gar keinen Generator gemacht. Ich weiß nicht, was ich für eine Errungenschaft freigeschalten habe. Ich habe mit Abstand die wenigsten Punkte. Aber das war mir klar. Ich habe gefühlt nichts Sinnvolles gemacht. Aber wir sind rausgekommen. Yes. Endlich. Mal wieder ein Exit. Ohne Perks. Und wir gehen jetzt hier direkt auch raus aus dem Bildschirm. Weil ich glaube, wir werden beleidigt von Blackship. In diesem Sinne danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge sehr gern wieder. Bis dahin. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018